Gravitationswellen entstehen, wenn Massen bewegt werden. Das ganze Universum ist sozusagen voll Gravitationswellen. Das Problem in der Geschichte ist, Gravitationswellen sind eigentlich ganz schwach. Das bedeutet nur, wenn große Massen bewegt werden oder wenn sie ganz doll beschleunigt werden, dann entstehen Gravitationswellen, die so stark sind, dass wir sie vielleicht auch hier auf der Erde nachweisen können. Auch wenn ich Flummi auf die Erde plumpsen lasse und der wieder hochschnipst, auch dann entstehen Gravitationswellen. Die sind aber ganz, ganz schwach. Das heißt, wenn schwarze Löcher umeinander kreisen und ineinander stürzen, wenn Neutronensterne sich vereinigen, dann sind das so große Massen, die da so schnell bewegt werden, dass Gravitationswellen entstehen, die wir hier auf der Erde auch beobachten können. Einstein hat die Gravitationswellen schon vorausgesagt und war sich aber damals schon nicht sicher, ob es denn tatsächlich mal gelingen wird, die praktisch nachzuweisen. Und man kann es eben erst seit relativ kurzer Zeit hier auf der Erde tun, weil sie sehr schwach sind normalerweise. Das bedeutet, es muss also schon echt viel in Bewegung geraten im All, damit wir das hier auf der Erde mitbekommen. Es gibt aber eben hochsensible Detektoren, mit denen man das auf der Erde mittlerweile tun kann. Und mehrere Male sind Gravitationswellen jetzt schon nachgewiesen worden. Und für die Physiker, als das das erste Mal passiert ist, war es tatsächlich eine Jahrhundertsensation. Das Interessante an Gravitationswellen ist, dass sie uns wirklich einen komplett neuen Blick auf das Weltall erlauben. Bis jetzt konnten wir das Weltall sehen mit Hilfe der elektromagnetischen Wellen, mit Licht, mit Röntgenstrahlung, mit Gammastrahlung. Und da haben wir Teleskope gebaut, haben hinaus in das Weltall geschaut, haben uns ein Bild gemacht, wie das All um uns herum aussieht. Und jetzt, diese Gravitationswellen sind eine komplett andere Art von Wellen. Und wir können die jetzt auf einmal mit Detektoren hier auf der Erde messen. Es wird in Zukunft sicherlich auch fliegende Gravitationswellen Observatorien geben. Und die erlauben uns wirklich sozusagen wie ein zusätzliches Sinnesorgan, das All und die Prozesse, die da passieren, auf eine ganz andere, auf eine neue Art wahrzunehmen.